ja hallo heute ein kurzes video über ein thema und zwar kann man gebrauchte motoren aus dem internet bestellen und welche fallstricke warten da auf einen wer sich darüber schon immer mal gedanken gemacht hat und mehr wissen wollte zu dem thema der sollte dranbleiben und alles weitere seht ihr nach dem intro viel spaß bevor es losgeht erstmal eine kurze information es ist dummerweise wieder ein ford ecoboost motor ein liter und es ist nicht hier ein video über das über den motor und dass der schlecht ist oder dass eine marke schlecht ist oder sonst irgendwas sondern es ist eine zusammenstellung von fakten die jetzt hier in diesem fall aufgetreten sind und wer das nicht ertragen kann der sollen schlechten kommentar da lassen und alles weitere unten daumen runter alle anderen guckt euch das einfach an und bildet danach eure eigene meinung noch eine information vorab im letzten video hatte ich ja schon gesagt wir haben hier ein bisschen chaos wir haben sehr viel zu tun und deswegen ist ja auch überall noch reste von von nicht aufgeräumten ecken zu sehen da in der ecke und so weiter ist halt liegt noch gekrempelt rum da sind wir nicht zugekommen das weg zu räumen ist aber schon viel besser als letzte woche also von daher wir sind auf dem besten wege hier wieder ordnung rein zu bringen die sache und jetzt würde ich sagen geht es los es geht ganz konkret um dieses fahrzeug was da hinten auf der bühne steht es ist ein fort wie ihr seht es ist wieder ein ein liter ecoboost motor wie gesagt es geht auch hier nicht darum irgendwie hier den den mega rent zu starten oder sonst irgendwas sondern es geht schlicht und ergreifend darum fakten zusammenzustellen die ich so auch darlegen kann mit allen möglichen unterlagen und so weiter wenn ich mir nicht ganz sicher bin weil ich mich nicht richtig daran erinnere und auch keine keine aufzeichnung dazu habe dann sage ich das ganz kurz dabei so nach dem motto ich glaube oder sonst was damit es einordnen könnte gut also die erste kontakte war im irgendwann im märz wir haben jetzt den 29 moment den 29 april das heißt ungefähr läuft das ding jetzt zwei monate da rief ein herr an sagte hier ich habe dich gesehen bei youtube ich habe bekannte freunde die haben einen motorschaden ein liter ecoboost motor du kennst dich anscheinend aus könnten wir das auto zu euch bringen ich so ja natürlich klar keine angst vor neuen kunden gut der wagen kam dann auch wurde hier auf die bühne gestellt und der kollege der daran gearbeitet hat hat das erst mal am 22 dritten angestempelt als er dann angefangen hat den motor auszubauen das ist dann dieser motor und die kunden haben gefragt hör mal wir haben gesehen in deinem video 10.000 euro neuer motor ziemlich viel geld kann man das abspecken da habe ich gesagt ja natürlich kann man das abspecken bei dem neuen motor war auch eine neue kupplung dabei und da war neue turbolader dabei neue einspritzdüsen dabei alles mögliche und natürlich kann man das abspecken man kann das zusammen schrumpfen auf 9000 oder auch 8000 euro er sagt die hoho ist aber immer noch viel kohle wie sieht das aus wenn kann man da keinen gebrauchten motor einbauen ist so ja klar kann man da einen gebrauchten motor einbauen aber ich halte mich daraus ich weiß welche fallstricke da lauern bei gebrauchten motoren und ich habe keine zeit und keine lust mich um das zu kümmern einfach und dementsprechend habe ich gesagt nee komm guck dass du so ein motor kriegst und alles weitere sehen war dann dann riefen die kurze zeit später an und sagten hier da hinten um die ecke bei dir ist ein schrottplatz und die haben zufällig genau diesen motor wäre es zu viel verlangt wenn du einen kollegen rüber schickst oder selber rüber gehst und dir den mal anguckst klar können wir machen ist ja direkt um die ecke ich kannte zwar diese diese firma nicht diesen schrottplatz oder also er war mir namentlich kein begriff nur gut aber die adresse kannte ich gut ich habe einen monteur hingeschickt und der sagte kam dann irgendwann wieder und sagte nee pass auf die firma ist nicht mehr existent der hat zwar noch alle motoren alle teile noch im netz und kassiert auch immer noch geld aber da ist mittlerweile der nachfolger drin oder es ist kein nachfolger sondern ein nachmieter also der hat mit der mit der ursprünglichen firma überhaupt nichts zu tun und sagt ja die laufen immer wieder hier auf und wollen irgendwelches zeug holen was ich gar nicht habe weil es eben von dem vormieter dieses platzes ist also der motor war nicht zu kriegen also ein problem mehr sag ich mal es musste ein neuer motor her daraufhin haben die kunden selber im internet recherchiert und sind auch fündig geworden bei ebay und zwar hier beim motorenzentrum berlin und was ihr da was da so unkenntlich gemacht hat das natürlich die adresse von dem kunden weil er hat das ja selber gekauft klar das geht kein was an aber ihr seht motorenzentrum berlin und das war der kurs der motor kam ähnlich an wie dieser motor hier aussieht also das heißt es waren alle anbauteile dran es waren es war der turbolader dran es war eigentlich alles dran es war eigentlich ein ein traum weil man brauchte die anbauteile theoretisch nicht umzubauen weil alles eben dran war wenn man einen neuen motor kauft zum beispiel bei ford dann kommt er ja nackt das heißt man muss jedes einzelne bauteil was da dran hängt am motor und das sind viele ich zeige euch das noch mal gerade ganz kurz damit die ein eine vorstellung bekommt ja ihr seht es ist jede menge zeug dran was umgebaut werden muss und der motor kommt einfach zylinderkopf block viel mehr ist da eigentlich nicht dran so das heißt okay man muss ganz viele teile umbauen das braucht sehr viel zeit es ist einfach so man braucht einfach zeit dafür und jede menge dichtungen etc etc so und der motor kam komplett alles super alles geil sagen sah auch gut aus ja und dann habe ich im kunden halt vorgeschlagen gut kommt hier wir sollten den motor einfach mal checken wir sollten uns sehr genau angucken wir sollten mal die ölwanne abmachen damit wir die ölpumpe uns angucken können wir sollten mal mit dem endoskop reingucken damit wir mal die laufbahn der 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 zylinder uns angucken können damit wir einfach mal so ein bild bekommt wie sieht der motor aus wie alt ist er denn und so weiter und so weiter und da kam halt bei raus dass der motor der da geliefert wurde älter war als der dieser motor hier und dieser motor hat ja nun doch ein erhebliches problem und zwar kann man einfach das pläuel einfach rausnehmen ohne ihn zu zerlegen und warum das so ist das zeige ich euch natürlich auch noch mal hier seht ihr den motor und hier seht ihr das loch da liegt der kolben pläuel und so fragmente halt dieser motor ist halt nicht zu retten da muss ein anderer her wir haben den motor dann natürlich untersuchten dabei kam raus da sind spuren in der zylinderlaufbahn der motor ist wie gesagt älter als der motor der ursprünglich in dem fahrzeug drin war was ja auch schon eigentlich blöd ist den kaputten motor durch einen noch älteren motor zu ersetzen alles in allem nach dieser untersuchung sind wir zu dem schluss gekommen also ich würde den motor nicht mit großer begeisterung einbauen und ich würde dem kunden auch abraten den einzubauen weil er zu unkalkulierbar ist es hätte auch ein zahnriemen drauf gemusst und es ist halt relativ viel arbeit und man spart unterm strich dann doch nicht so viel geld dann kann man auch direkt einen neuen motor kaufen darauf hat der kunde wieder kontakt aufgenommen mit dem motorenzentrum berlin ich hatte zwischendurch auch mal angerufen um einfach mal herauszufinden sagen wir wie alt ist der motor denn überhaupt was das sind denn eure daten wie viel hat er denn gelaufen und so weiter das heißt ich habe da angerufen und ich habe original eine dreiviertel stunde in der warteschleife gehangen hatte dann eine sehr nette frau dran mit einem polnischen akzent und wie gesagt sehr freundlich sehr höflich und sie sagte ja ich habe keine ahnung ich muss das nachfragen ich gebe das weiter an unseren techniker sie werden zurückgerufen bis heute ist dieser rückruf nicht erfolgt ja und ich habe auch ehrlich gesagt keine zeit jeden tag dann eine dreiviertel stunde in der warteschleife zu hängen mein kunde wiederum berichtet dasselbe das heißt er braucht hat endlos lange gebraucht um jemanden ranzukriegen um dann diese rück diesen rück transport abzuwickeln und ja es war auch so der motor ist dann von uns wieder auf die palette gespannt worden ist eingepackt worden und dann mussten wir fotos machen davon damit der alt damit die also sehen können ja prima ist alles alles paletti ist alles schön verpackt dann mussten wir den wieder auspacken weil die wollten dann sehen dass wir auch keine bauteile abgebaut haben und dann ist er dann wirklich wieder abgeholt worden das datum blende ich euch hier unten mal ein einfach damit ihr mal wisst über welche zeiträume wir da sprechen stand heute habe ich noch keine rückmeldung von meinem kunden ob das geld auch wirklich zurückgekommen ist das werde ich auf jeden fall nachreichen ob die das geld zurück erhalten haben oder ob die da immer noch darauf warten wie gesagt stand heute eine rückmeldung hatte ich habe ich nicht darüber da der motor aber jetzt erst vor kurzem abgeholt wurde kann das natürlich auch irgendwie sich überschneiden dass der motor erst zurückkommt und das geld dann zurückkommt da kann ich noch nicht genau zu sagen aber es ist wie es ist die kunden sind vorleistung gegangen haben haben das geld bezahlt und und sitzen jetzt erst mal da und müssen einen riesen aufwand betreiben diese rück transport und diesen diese das geld wieder erstattet bekommen dass das halt wirklich auch funktioniert daraufhin hat sich der kunde noch mal umgeguckt ich wiederum habe auch mehr mal rund telefoniert wie gesagt ich habe nach eigentlich nach neuen motoren beziehungsweise nach überholten motoren angeguckt weil ich einfach nicht so gerne die katze im sack kaufe wie dem auch sei der alte motor ist oder dieser erste austausch motor ist jetzt zurückgegangen und die kunden haben doch noch einen anderen motor gefunden und zwar diesen hier von der firma bordmann motoren und der kam an und da war einer von den zugurten gerissen das heißt das ganze ding war etwas wackelig auf der palette es waren auch so ein paar kleine schönheitsfehler hier war der ölpeilstab war abgebrochen hier vom turbolader ist ein flansch abgebrochen und dann sagt oh verdammte hacke mir schwand böses ich habe mit dem kunden dann wieder gesprochen habe gesagt hey empfehlung klar wie beim ersten motor wir checken den ab wir gucken mal wie alt er ist wir gucken mal in die brennräume rein wir gucken mal unten in die ölwanne und was soll ich euch sagen also dieser motor hier der lässt kaum wünsche übrig er sieht so ein bisschen rustikal aus weil hier überall schläuche abgeschnitten sind hier sind schläuche abgeschnitten hier wie sagt ist ein teil abgebrochen und hier klemmen überall die 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 stecker drauf die sind hier sind überall die kabel abgepitscht das wirkt im ersten moment immer sehr es wirkt einfach nicht gut aber das täuscht weil dadurch dass sie das so machen diese seite hier hängt ja am kabelbaum die ist ja intakt das brauchen wir nicht um den motor einzubauen und weil dieser stecker hier drauf steckt auf dem auf der buchse ja ist die buchse geschützt das heißt egal was passiert da ist kein pin verbogen oder sonst was auch nicht oxidiert weil das ja wasser geschützte steckverbindungen sind das heißt hier das ist relativ safe und eigentlich eine coole sache ich persönlich fände es ja noch besser wenn die kabel enden etwas länger wären weil wenn wir beim ausbauen aus unachtsamkeit hier mal so ein stecker beschädigen also nicht nur wir sondern egal wer den motor ausbaut und hier die kabel etwas länger wären dann könnte man einfach diesen stecker nehmen anlöten und der käse wäre gegessen alles würde wäre gut jetzt zeige ich euch aber natürlich auch erst mal noch was wir hier gesehen haben wir haben natürlich die vakuum pumpe rausgenommen und das kennt ihr ja aus den anderen videos das sieb ist ein guter indikator ob es dem motor gut geht und das sieb war sauber dann sind wir hingegangen haben haben die ölwanne abgebaut und auch da haben wir in das sieb reingeguckt und was soll ich euch sagen das sieb ist absolut sauber auch die zahnriemen auch die zahnriemen sehen einwandfrei aus hier glaube ich tatsächlich dass der motor erst 30.000 gelaufen hat und auch vom alter her dieser motor ist baujahr 2017 und da kann man da kann man mit arbeiten also das ist völlig okay wie gesagt hier sind ein paar kleine schönheits dinge wo man sagt naja gut das muss man muss man halt hier diesen diesen flansch umbauen und so weiter aber das sind sachen die zu verschmerzen sind und weil ich von natur aus ein eher skeptischer typ bin habe ich hier bei der firma bordmann angerufen und habe gesagt ich will mal mit denen sprechen ich will mal gucken wie die vögel so drauf sind ob das irgendwelches dubioses zeug ist was was sagt mein bauch nur gut und was soll ich sagen es hat ungefähr dreimal geklingelt vielleicht waren es auch viermal und ich hatte sofort einen menschen dran der auch die gleiche sprache sprach wie ich das heißt wir konnten uns sofort verständigen das habe ich ganz kurz geschildert um was es geht er wusste sofort zuzuordnen ja er wusste direkt um was es ging und dann habe ich ihn halt gefragt hör mal die motoren die ihr so verkauft wie sieht das denn aus macht ihr die noch sauber macht ihr dann noch irgendwas sagt sagt nein wir kaufen unfallfahrzeuge und holen die motoren und die getriebe raus und und verkaufen die so wie sie sind das heißt wenn ihr einen motor bei den leuten kauft dann ist das einfach ein motor der einfach ausgebaut worden ist der ist nicht überholt worden oder sonst irgendwas das bedeutet für euch wenn ihr da einen motor kauft unter umständen müsst ihr eben irgendwelche wartungsarbeiten durchführen die die einfach nötig sind ich sag mal ölfilter gut sollte man sowieso machen egal es wäre auch möglich dass man sagt der zahnriemen der muss getauscht werden das risiko ist zu hoch den drin zu lassen aber man kann es ja überprüfen so wie wir das jetzt hier auch gemacht haben und dann kann man diese entscheidung einfach von für sich treffen ob man das machen will oder ob man das nicht will hier werde ich jetzt die empfehlung aussprechen den zahnriemen zu tauschen einfach weil wir nicht wissen was ist hier mit dem motor vorher passiert war vielleicht doch mal das falsche öl drin und der der zahnriemen ist angegriffen worden oder was auch immer die empfehlung werde ich aussprechen was die kunden dann daraus machen das ist dem kunden überlassen so aber welches resümee können wir denn ziehen aus dieser ganzen geschichte hier also die nummer läuft jetzt gut zwei monate alles in allem von auftreten des motorschadens bis jetzt und wer so viel zeit hat an seinem auto rumfriemeln zu lassen nenne ich das jetzt mal gut der ist ein glücklicher mensch es kann auch direkt beim ersten mal funktionieren es kann aber auch noch schlimmer in die hose gehen das heißt es kann ja auch so sein dass man den motor einbaut und der macht irgendwelche komischen klappergeräusche und dann stellt man fest um verdammt das ding war nicht in ordnung was man so von außen einfach nicht sehen konnte und dann baut man den ganzen mist wieder aus und hat dann nachher mehr kosten an der hose als also wenn man direkt einen neuen motor genommen hätte jetzt hier bei diesem motor sagt mein bauchgefühl das ist in ordnung das kann man machen wie gesagt zahnriemen würde ich machen natürlich hier die abgebrochenen bauteile natürlich zu ersetzen den klimakompressor der daran hing noch bis gestern der liegt jetzt da in der ecke den würde ich auf jeden fall von dem fahrzeug nehmen einfach weil ich sage naja ich weiß nicht wie lange der da offen stand und ob der wasser gezogen hat oder sonst irgendwas vorsicht ist da angesagt was auch ganz interessant war ist hier in der ölwanne ich zeige euch das am besten mit dem handy sind tatsächlich auch schon minimale abriebe zu erkennen aber die frage ist einfach wo kommen die her da könnt ihr so ein bisschen erkennen das heißt das sind da sind tatsächlich minimale abriebe drin ich gehe davon aus dass das zahnriemen abriebe sind aber halt wirklich in einem ganz 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 geringen umfang wie gesagt in der ölpumpe und so weiter war mal noch nichts zu sehen so und jetzt nach gut zwei monaten haben wir endlich ein motor der ist noch mal in einem zustand ist wo wir sagen ja gut denkt kann man wirklich nehmen den kann man einbauen das bedeutet halt für euch wenn ihr in dieser situation seid dann guckt euch ganz genau an von dem ihr den motor euch kaufen wollt jetzt ganz konkret motoren zentrum berlin bin ich einfach mal auf die internetseite gegangen also bei ebay wo sie die ganzen motoren verkaufen hat auch wahnsinnig viele gute bewertungen und so weiter und ja wenn man sich das mal anguckt was da was da bewertet worden ist das sind ganz häufig duftbäume die da bewertet wurden und die motoren hier und da kommt es dann schon mal vor dass die motoren einfach nicht so gut bewertet worden sind ob das halt mit recht war oder nicht mag ich nicht beurteilen ob wir einen fehlgriff hatten sag ich mal hier direkt der uns geliefert wurde weil weil es eine ausnahme mag ich nicht beurteilen will ich auch nicht das kann sein dass es einmal ein fehltritt war von der firma aber es war nun mal ein fehltritt und den motor wollten wir einfach nicht verbauen und auch bei der firma bordmann ist es halt so es ist halt ein gebrauchter motor das heißt die haben den auch nicht in irgendeiner form vorher irgendwie analysiert oder sonst was die haben ihn vielleicht laufen lassen die haben geguckt ob er fährt ob er läuft ob er gut klingt und haben ihn ausgebaut sie wissen halt wie alt ist er und wie viele kilometer hat er gelaufen und ich sage mal so dass was was sie angeboten haben und was geliefert worden ist das ist auch ziemlich deckungsgleich also da erkenne ich zumindest keinen gravierenden problem resümee von dieser ganzen geschichte ist wenn ihr wirklich einen gebrauchten motor kaufen wollt dann guckt euch an wo kommen die guten bewertungen her bei ebay oder wo auch immer ihr den kaufen wollt versucht versucht einfach die firma mal anzurufen wo er den motor kaufen wollt weil wenn ihr da keinen menschen erreicht oder nur sehr schwer ja was wollt ihr denn dann machen wenn der motor nicht in ordnung ist und ihr wollt ihn wieder zurückschicken oder ihr wollt irgendeine reklamation durchführen oder sonst was und ihr könnt keinen erreichen dann wird die ganze sache echt schwierig ja wenn es euch interessiert wie es mit diesem auto weitergeht dann schreibt es mir einfach in die kommentare dann machen wir dazu auf jeden fall noch was ich halte euch auf jeden fall auf dem laufenden wie das läuft ob der motor gut läuft oder nicht und ich werde euch natürlich auf dem laufenden halten ob die kunden das geld zurück bekommen haben oder nicht und ja wie sagt schreibt sie einfach in die kommentare also ich bin auf jeden fall sehr gespannt wie es mit dem auto weitergeht und wie der dann hinterher fahren wird jetzt bleibt natürlich nicht mehr viel zu sagen als rechts und links kommt zu meinen anderen videos über das logo könnt ihr ein abo da lassen und aktiviert auch die glocke wenn ihr auf dem laufenden bleiben wollt passt immer schön darauf auf wo ihr die motoren kauft und vielen dank fürs gucken macht's gut bis bald tschüss